Radio Ralfas Der Jahreswechsel wird in allen Ländern der Welt gefeiert, allerdings zu verschiedenen Zeiten und mit verschiedenen Bräuchen, von denen ich euch heute einige vorstellen möchte. In Italien ist rote Unterwäsche in der Neujahrsnacht ein absolutes Muss. Wer glücklich und erfolgreich sein möchte, der sollte mit rote Unterwäsche ins neue Jahr rutschen. Zum Essen gibt es traditionell Schweinsachse und Linsen. Deftige Kost bringt angeblich Glück in Geldangelegenheiten. In Spanien gehören unbedingt Weintrauben zur Neujahrsnacht, die Glück bringen sollen. Um Mitternacht schieben sich die Spanier bei jedem Glockenschlag eine Traube in den Mund. Wer es sich verzählt, dem steht im neuen Jahr Unheil bevor. In Tschechien gießen viele Familien Blei, um in die Zukunft zu schauen. Noch älter ist der Brauch, einen Apfel zu halbieren und vom Kerngehäuse das Schicksal abzulesen. Ein Mittagessen mit Linsen soll finanzielles Glück bringen. Jede Linse bedeutet Geld. In Großbritannien gibt es an Silvester kaum ein Feuerwerk. Dieses wird nämlich bereits am 5. November entzündet. Hier feiern die Briten nämlich den Tag, an dem der Offizier einen Attentat an den König Jakob I. versuchte. In Griechenland wird in der Silvesternacht gezockt. In Casinos oder zu Hause werden mit Karten oder Glücksspielen gespielt. Das große Neujahrszocken geht die ganze Nacht hindurch. Landesweit werden legal oder illegal ein dreistelliger Millionenbetrag verspielt. In Bulgarien geht es mit Schlägen auf den Rücken ins neue Jahr. Die sollen Gesundheit und Reichtum bringen. Die Kinder schmitten Kirschbaumäste und gehen damit in der Silvesternacht und am Neujahrstag von Haus zu Haus und schlagen damit die Bewohner auf den Rücken. Dabei wünschen sie sich nach Alter, Tradition ein gesundes und glückliches neues Jahr. Und für das Schlagen erhalten die Kinder sogar auch noch Bonbons und Süßigkeiten von den Erwachsenen. Das nenne ich mal einen coolen Brauch. In Uganda, in Ostafrika, ist es an Silvestern vor allem laut. Und mit der Nacht pfeifen, schlagen und trommeln die Bewohner mit allem, was sie in die Finger bekommen können. Ob Trommeln, Töpfe oder Triller pfeifen, alles was Lärm macht, wird auf die Straßen getragen. In Südafrika, in Kapstadt, wird an Silvester Karneval gefeiert. In Argentinien. Obwohl es dort an Silvester um 30 Grad warm ist, schneit es im ganzen Land. Allerdings nur Papierflocken. Um sich nämlich von Altlasten zu befreien, ist es im südamerikanischen Staat am letzten Tag des Jahres Tradition, alte Unterlagen und Papiere in den Schreller zu werfen und dann die Papierschnitzel, lecker, mittags aus dem Fenster in die Straße zu kippen. Man stelle sich das mal bei uns in Deutschland vor. So, jetzt wisst ihr einiges, was ihr an Silvester anstellen könnt, wenn euch in der Silvesternacht langweilig ist. In diesem Sinne einen guten Rutsch für euch von Radio Raufas, Jonas Ahle. Radio Raufas Das Neujahr. Bald ist es wieder soweit und das Jahr 2017 ist zu Ende. Der 1. Januar ist der erste Tag im Jahr. Doch das war nicht immer so. Im Jahr 153 v. Chr. verlegten die Römer den Beginn des Amtsjahres vom 1. März auf den 1. Januar. Erst durch Cäsars Kalenderreform wurde der 1. Januar als Beginn des Jahres festgelegt. Bereits in der Antike wurde ein Neujahresfest gefeiert. In Europa wurde früher der 3. Königstag oder der 1. April als erster Tag des Jahres gefeiert. Erst im Jahr 1691 legte Papst Innozenz XII. den 1. Januar als Neujahrstag fest. Bis heute gibt es nicht überall ein einheitliches Neujahr. Das chinesische Neujahrsfest z.B. fällt auf einen Neumond zwischen dem 21. Januar und dem 21. Februar. Auch wenn die Termine für das neue Jahr sich in den verschiedenen Kulturen und Religionen unterscheiden, haben sie alle etwas gemeinsam. Der Jahreswechsel hatte schon immer eine besondere Bedeutung. Selbst in der Antike galt dieser Übergang für Fruchtbarkeit und gute Anden, für den Tod und die Folge neuer Generationen, aber auch für die Geborgenheit in Gott und für die religiöse Neuschöpfung. Es entwickelten sich im Laufe der Zeit viele verschiedene Traditionen für den Neujahresbeginn. In Italien trägt man rote Unterwäsche. In Frankreich ist das Trinken von Champagner und das mitternächtliche Küssen unter dem Mistelzweig ein weit verbreiteter Brauch. In Deutschland wünscht man sich einfach einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr. Ihr Valentin Oefele für Radio Raufass.